wir sind hier oben im 23er bereich in der raffinerie und sind jetzt hoch zum spalt gegangen haben jetzt noch keine waffenkiste gefunden aber die zeigen wir euch auch gleich die nächstes besten hier oben den spalt geholt habt ihr einfach hier runterspringen guck mal ganz easy diesmal und ist die kiste dann zeigen wir euch noch zwei drei kisten die ihr schnell durchwaschen könnt und dann sehen wir uns demnächst wenn ihr straight von der mysteriösen kiste hier runterspringt kommt ihr hier so in so einer tür seht ihr wo ich gerade bin habt ihr eure erste kiste nette mods ja so suchen wir uns noch eine zweite für euch ja so wir haben jetzt noch die gebrochene jungfer gelootet ihr habt ihr event das könnt ihr direkt mitmachen ist relativ simpel und hier draußen dreht am zug haben wir halt unsere ausrüstungskiste die zweiter hier schaltet das eben von daher sehr schnell zu sehen und dann könnt ihr hier hinten auch da auf dem dach ist eine müde tick ist da müsst ihr an dem run zack hier rüber zack 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 dahin denn spontan der kiste so wir sehen uns im nächsten step bis dahin wir sehen uns im nächsten step bis dahin